auf den karten wird das alphabet abgebildet und nachgestellt. cool. oh da ist das m. vielleicht auch umgedrehte u's. so was ist das denn für ein buch? oh ich möchte hier erzählen. ich sehe hier ein a. ist das genau okay. kann man jetzt im wasser springen? ja klar. das wird echt ein gutes youtube video mit ganz vielen klicks. man kann nicht springen. okay das wollte ich wissen. ja ja ja. hey ich habe doch viel zu weit links gespielt. ja ja ja. ja klar jetzt brauche ich es auch nicht mehr. ach doch. so erstmal gucken. was ist das? ein b. ja es könnte ein b sein. ja. da war ich zu gefühlvoll. oh. ein dschungelcamp oder was? ja. alles klar. ja. das ist jetzt bis zum ersten. so das ist jetzt ein c. ein c nach d. naja. ja. da darf man bestimmt nicht drauf landen. ich wusste es ey. ach scheiße man. warum geht der denn nicht schneller man. noch im start. noch nicht schlecht. nicht schlecht. nein. jetzt haben wir ins wasser. da warst du länger nicht. noch descend lsuper. wychiiivi. ein kotzen. so. okay. so einem buchstabe ääähäe. das ist eh. das ja. no. noch nicht so weit zurück mensch ja ganz schlecht an der kante jetzt hier so wo ist er denn der mogul-team, der macht ja mogul-touren hier zurück, 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 ich bleibe dann kann denken ok da ist eine hackmaschine, ein f, da ist das, ach du scheiße, ja wenn du mutig bist, außerdem halt mega krass rüber, hey ich war das ja doch ding doch, nein nicht wieder raus, nein, wieder da durch, das war zu schwach, oh mann, dieser blöde hügel, ich hab den Boden stecken geblieben, das gefühl so, ja zuck, mieses, mieses teil, ja, ich habe auch vorher mehr verkackt, bei der bahn ein h na eben hatten wir das g das war ja nicht stark genug das macht der mexikanische mexikanische hut und da war nicht gefühlvoll genug ja das war auch gut habe ich gar ein problem mit ist es denn ernst musst du doch in der mitte stehen bleiben das kenne ich so gut das kenne ich so ach so scheiße was ist das für ein buchstabe ja das bringt mir nichts schon drin oder was ich muss auch mal wieder ein erfolgserlebnis machen genauso weggeworfen wie ich eben in der bahn mag solche hügellandschaft nicht boogie knapp boogie 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 lol du hast bei mir den ding sound bekommen ich war doch gelandet jetzt bin ich wieder am start ist das mühse ja nach mann ok da drüben hin mit den steinen ich dachte mir boah geil das schafft er nicht so schnell ich dachte mir boah geil das schafft er nicht so schnell du hast du schon du hast mich wie du hast mich nicht du hast mich du hast mich du hast mich du hast du na klar selbst lustig gewinnt werden sogar da gegründet werden zu langsamer stoßen und sicherheitsstoß war zu schädlich für mich ja nicht immer die vorsichtigen stöße gut ist das das ist schon der kacke aber egal ist also nicht mit der maus schon wieder ach man losgelassen nicht klicken hallo auch wenn das mal richtig synchron wäre mit diesen blöden brettern also ich würde die runden baumstämme in den ecken anspielen ja ich wollte aber gegen die dings spielen dass ich da so schön glück was haben wir jetzt da für ein buchstabe in den kuh da stehen wir könnten mit full power versuchen geradeaus einfach deins loch was wahrscheinlich nicht funktioniert ich weiß es aber nicht okay scheinbar funktioniert es nicht im wasser kann man ja auch nicht springen ach das ist sowas von behindert ich habe zwei schläge gebraucht haben wir mit dem dritten erst rüber zu kommen oh das ist aber auch kaka oh nein das war fehler da geht es wieder zurück das ist schon echt arschig links ist ein holzstück was einen blockt ja jetzt kannst du es ja gut schaffen mhm da war jetzt zu vorsichtig das war zu weit oh du locker lachst du da einen ab ach geil lachst du da einen ab was können denn wir müssen auf können.de gehen dann weißt du das wäre so ein ding hier mit einem hat mir da drin ja ein m und x spiel ich das ja mal nein absteh du scheiß ball das probiere ich jetzt ist mir scheiß egal das muss funktionieren ich sogar 45 jetzt geht es um die bratwurst ja das ganze nicht mehr toppen das kannst du nicht mehr toppen bei meinem freund einfach durch die mitte geschlagen ich hab einfach so ein bisschen straight ein bisschen weiter links gebär da in die richtung so ein bisschen weiter rechts sondern aber mit mit drei glaube ich war ungefähr das ist einfach weil er sich gepasst asia synchron ist ja da komme ich nicht rüber dann wieder vorne gegen oder hinten oder auch nicht gedacht dass das so klappt das ist ja eh geworden spielt ja keine rolle jetzt komme ich hier auch noch mal gegen ja weil es so toll synchron ist ja schön returning to lobby in seven seconds und